Diese Akademie ist wirklich was ganz besonderes, auch was die Lehrmethoden anbelangt, sind alle total offen hier und man kann sich echt super selbst verwirklichen. Nicht nur die Studenten, auch die Professoren, das sind einfach alles so ganz eigene Persönlichkeiten. Die Akademie ist auf dem neuesten Stand. Wir haben neue Linoleum-Fußböden, das Essen ist spitzenmäßig und auch das technische Equipment, was wir hier haben, wird dich in deiner Zukunft auch weiterbergen. Die Gesellschaft gibt dir oft das Gefühl, nur Konsument zu sein. Hier bin ich mein eigenes Produkt. Economy and Art, don't have to be divided by each other. Früher habe ich in den Tag gelebt. Seitdem ich an der Afrika bin, gehöre ich zur Elite einer Kreativgesellschaft. Heute übernehme ich Verantwortung. Ich möchte mit meiner Kunst etwas verändern, zum Beispiel das Klima. Was mir wichtig ist, ist, dass hier voll biologisch abbaubare Farben verwendet werden. Das ist nicht nur für mich gut, sondern auch für die Umwelt. Die HfpK ist anders. Sie ist etwas besonderes. An dieser Akademie hast du einfach Freiraum. Wenn du realisierst, wie viele berühmte Leute hier schon alles studiert haben, dann wird dir bewusst, dass du Teil einer Bewegung bist. Bist du bereit für deinen Lebenswandel? Be part of the movement. Get connected. Am liebsten würde ich hier für immer bleiben. Ich möchte gar nicht aufhören zu studieren.